Musik Willkommen im nomadischen Niemandsland, im Nomadic Nomansland. Das ist ein Projekt, was ich dieses Jahr mache. Der Untertitel dieses Projektes ist »Auf der Suche nach einem anderen Wir«. »The Performance in Difference Together«, kann man auch eigentlich nennen, gehörst du auch dazu. Gut, jetzt können sich die, die schon mal aufteilen, auf irgendein Feld, die wissen, wo sie zugehören und was eine klare Entschuldigung ist. Jetzt haben wir einen sehr schönen großen Platz, jetzt stelle ich mal einfach die einzelnen Gruppen eben vor, ich fang mal hier an, das ist »Sprachcafé«. »Das Sprachcafé«. »Herzlichen Willkommen, das Sprachcafé«. »Sendenhorster«. 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 »Wir sind das da sind. »Die Schachspieler. Ins Fall Zwei«. »Ja, wir sind die Erstbesetzer«. »Wie sind die Erstbesetzer? Ja, ohne die wäre das ja auch gar nicht möglich. « »Wer? « »Wer bestimmt? »Blumenkinder«. »der «Blumenkinder mit Beseifenblasen. Herzlich Willkommen. Wir sind das Internationale Frauenbrückclub! Der Internationale Frauenkochclub! Der Internationale Frauenkochclub! Herzlich willkommen! Der Chor Terz, herzlich willkommen! Der Vorstand, der steht vor allem! Also, das ist die Besuchergruppe! Nein, das ist doch nicht! Wir haben B weggelassen, wir sind die Suchergruppe! Die Suchergruppe! Wer hat schon mal geträumt, dass er selbst fliegen kann? Fliegen! Wer ist verliebt? Schatz! Schatz! Wer ist schon Großmutter oder Großvater? Wer hat im letzten Monat geweint? Wer wurde vor kurzer Zeit durch Worte tief verletzt? Wer fühlt sich alleine? Wer mag kein Milchwatt? Singt fast jeden Tag! Wer hat eine Waffe zu haben? Hat ein Kind in den Schlaf gesungen? wer hat eine Waffe zu haben! Wer hat eine Waffe zu haben? Wo hat sie sich passt und auch mit einem Worte zu haben? Wer hat eine Waffe zu haben? Wer hat ein Kind in den Schlaf gesungen?